In diesem Tutorial werden wir uns anhand eines Beispiels anschauen, wie man eine Bernoulli-Differenzialgleichung durch Transformation in eine lineare Differenzialgleichung erster Ordnung lösen kann. Bevor wir mit der Beispielaufgabe loslegen, wollen wir uns erstmal schrittweise unser Lösungsschema anschauen. Schritt 1 wäre, die Bernoulli-Differenzialgleichung richtig zu erkennen und sauber umzuformen. Also, üblicherweise sieht eine Bernoulli-Differenzialgleichung wie folgt aus. Und wieso sage ich jetzt an der Stelle üblicherweise? Manchmal steht dieser Term hier g von x mal y auch auf der anderen Seite der Gleichung. Das ist Geschmackssache. Ich nehme das jetzt hier als Grundformel. Und für diese Formel gibt es eigentlich nur eine Einschränkung. Und zwar diesen Exponent hinten bei y, dieser hoch n, muss verschieden von 0 sein, beziehungsweise verschieden von 1 sein. Im zweiten Schritt werden wir durch eine geschickte Substitution unsere lineare Differenzialgleichung erster Ordnung aufstellen. Dabei sieht der Substitutionsansatz immer gleich aus. Also man nimmt irgendeine Buchstabe, zum Beispiel u, und deklariert sie als y hoch 1 minus n. Gut, entsprechend brauchen wir dann auch noch die Ableitung von u, u' Und wenn ihr euch fragt, wieso diese Ableitung so schrecklich aussieht, vergisst nicht, y ist eine verkettete Funktion. Das bedeutet, es gibt eine äußere und eine innere Ableitung. Mit Hilfe dieser Substitution bildet man sozusagen diese lineare Differenzialgleichung erster Ordnung. Und die passende Formel sieht dann so aus. Nicht erschrecken, hier muss man einfach nur für n die richtige Zahl einsetzen, damit hat man schon diese Differenzialgleichung. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, auf die Herleitung dieser Formel werde ich natürlich jetzt verzichten. Mir geht es eigentlich nur darum, eine Beispielaufgabe zu zeigen. Im dritten Schritt müssen wir natürlich diese lineare Differenzialgleichung erster Ordnung lösen. Zur Erinnerung, vom Aufbau sah das Ganze so aus. Und die allgemeine Lösung besteht eigentlich aus der homogenen und der partikulären Lösung. Lösungsansatz für die homogene Lösung kann man entweder mit Hilfe einer Formel bestimmen. Die ist ja ganz praktisch, wenn man zum Beispiel in der Prüfung eine eigene Formelsammlung mitnehmen darf. Alternativ, wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr natürlich auch das Ganze durch Trennung der Variable oder durch Separation bestimmen. Bei der inhomogenen DGL lautet die Lösung nach der Formel oder sieht die Lösung nach der Formel so aus. Ja, beim ersten Blick sieht die Formel ziemlich schlimm aus, allerdings ist sie sehr einfach anzuwenden. Alternativ, wenn man keine Formel anwenden möchte, dann kann man natürlich das Ganze auch durch Variation der Konstanten lösen. Noch ein Hinweis bezogen auf unsere Beispielaufgabe. Ich möchte hier ein relativ schnelles und einfaches Lösungsweg vorschlagen. Deshalb werde ich natürlich auch die Formel benutzen. Im vierten Schritt müssen wir dann nur noch resubstituieren und die allgemeine Lösung der Bernoulli-Differentialgleichung bestimmen. Noch ein Hinweis, wenn natürlich ein anfangswertes Problem vorhanden ist, dann kann man diesen benutzen, um dann einen passenden Wert für die Konstante C noch zu bestimmen. Und hier ist natürlich unsere Beispielaufgabe. Bestimme die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Und selbstverständlich ist das eine Bernoulli-Differentialgleichung. Deshalb lautet der erste Schritt, einfach diese DGL sauber umzuformen. Zur Erinnerung, hier rechts eingeblendet. Auf diese Form wollen wir das Ganze bringen. Und wenn wir uns jetzt unsere Gleichung genauer anschauen, heißt das, wir bringen diesen Term mit minus y durch x auf der anderen Seite. Das machen wir natürlich mit plus y durch x. Entsprechend sieht dann die DGL so aus. y' plus y durch x ist gleich minus y². So, jetzt wäre es natürlich hilfreich, wenn wir diese zwei Funktionen hier richtig erkennen könnten. Und dafür müssen wir es noch ein bisschen, vielleicht, schöner umformen. Also, entsprechend werde ich dann ein bisschen dieser Bruch hier abtrennen. Vor dem y steht eine 1, deshalb können wir das Ganze auch als 1 durch x mal y schreiben. Und auf der anderen Seite steht ein Minuszeichen vor der y hoch 2. Das ist dann unsere Funktion f von x, also das ist einfach nur eine minus 1 mal y hoch 2. Im zweiten Schritt müssen wir natürlich substituieren und diese lineare Differentialgleichung aufstellen. Zur Erinnerung, hier rechts unsere Substitutionsansätze. Die sind natürlich immer gleich. Das einzige, was wir machen müssen, ist für n die richtige Zahl einzusetzen. Zur Erinnerung, n ist die Hochzahl hier von y, hinteren Teil, also n ist 2 für uns. Entsprechend haben wir dann u ist gleich y hoch 1 minus 2. Das ist natürlich einfach y hoch minus 1. Und u' ist dann 1 minus 2 mal y hoch minus 2 und mal y'. Ja, das Ganze könnte man hier noch zusammenfassen als minus y hoch minus 2 mal y'. U' ist eigentlich für uns uninteressant, weil wir die Formel für die Differentialgleichung sowieso nicht erleiden, sondern die vorgefertigte Formel gleich benutzen werden. Allerdings u werden wir später noch brauchen, spätestens bei der Rechtsubstitution. Deshalb will ich es hier noch in eine saubere Form schreiben. Damit meine ich, ich könnte einfach sagen, u ist gleich 1 durch y. Also ich habe einfach diese y hoch minus 1 umgeformt unter den Bruststrich gebracht und dann ist das hier unser Substitutionseinsatz. Und als letzter Schritt an dieser Stelle werden wir natürlich unsere neue Differentialgleichung aufstellen. Rechts eingeblendet, die allgemeine Formel, da müssen wir nur einsetzen. Wir haben dann entsprechend u' plus 1 minus 2, dann mal g von x. g von x, nicht vergessen, das habt ihr hier an dieser Stelle, also mal 1 durch x. und das Ganze noch mal u, ist gleich 1 minus 2 mal f von x. f von x war diese minus 1 hier, also mal minus 1. Und das alles können wir natürlich noch ein bisschen schöner schreiben. Zusammengefasst sieht das Ganze dann so aus. u' minus 1 durch x mal u ist gleich, auf der rechten Seite, minus 1 mal minus 1 ergibt natürlich 1. Im dritten Schritt brauchen wir natürlich die Lösung dieser Differentialgleichung. Und zur Erinnerung, das haben wir gerade bestimmt und das ist jetzt eine lineare Differentialgleichung der allgemeinen Form, wie hier eingeblendet. Ich habe jetzt mit Absicht andere Buchstaben für die neuen Funktionen genommen. Also wir haben nicht mehr f von x und g von x, sondern wir haben a von x und r von x, damit wir nicht durcheinander kommen mit der Formel. Zur Erinnerung, als erstes brauchen wir natürlich die homogene Lösung. Das bedeutet, wir setzen eigentlich nur in dieser Formel ein, die ich schon vorgefertigt habe. Also wir haben dann uh ist dann c mal e hoch minus Integral und unsere Funktion a ist für uns dieser minus 1 durch x, was hier vorne vor dem u steht. Also minus 1 durch x dx. Okay, dann wollen wir natürlich das Ganze noch mal ein bisschen schöner zusammenfassen. Also oben eine Hochzahl, das Minuszeichen vor der 1 durch x kann man auch nach vorne ziehen. Minus minus ergibt plus. Und dann bleibt ja nur noch Integral von 1 durch x dx. Und an diese besondere Stammfunktion sollte sich jeder von euch eigentlich noch erinnern können. Es ist dann e hoch ln von x. So, das kann man noch vereinfachen, zur Erinnerung, an der Seite hier rechts mit dieser Formel. Und zwar, e und ln heben sich sozusagen gegenseitig auf. Und wenn ihr die Formel rechts anwenden wollt, dann müsst ihr euch vorstellen, hier vor dem ln steht eine 1. Entsprechend bleibt dann nur noch x hoch 1 oder x übrig. Also, die homogene Lösung lautet dann c mal x. Genauso einfach, oder fast so einfach, ist es auch mit der partikulären Lösung an dieser Stelle. Also, wir bilden auch diese OP. Vorne, ich glaube, das fällt euch auf, dass es das gleiche wie oben ist, nur dass es keine Konstante gibt. Ich schreibe trotzdem es erstmal ausführlich hin und dann können wir auch die Tatsache nutzen, dass wir das bereits ausgerechnet haben. Also, wir haben dann minus 1 durch x dx und das Ganze mal ein Integral. r von x, das ist auch sehr einfach für uns, r von x ist die hintere Zahl hier, oder die hintere Termin ist eine 1, mal e hoch Integral, diesmal kein Minus vor dem Integral. Und minus 1 durch x dx. Okay, beim vorderen Term haben wir schon gesagt, das ist identisch mit dem von oben. Also, es kommt eigentlich nur x raus. Und bei hinteren Termen fasse ich noch ein bisschen zusammen. Also, wir haben dann praktisch mal Integral. Die 1 können wir auch weglassen. Und oben beim e die Hochzahl. Also, wenn wir da integrieren, haben wir entsprechend minus ln von x. Also, das können wir jetzt auch mit der Formel, mit der e-Funktion, die rechts eingeblendet ist, umschreiben. Und das Ganze wird dann entsprechend so aussehen. Also, wir haben vorne dieses x mal Integral. Und die e-Funktion aufgelöst ist dann x hoch minus 1. Das Ganze kann man auch so hinschreiben, damit man besser kennt, was zu tun ist. Ich denke, jeder weiß jetzt, 1 durch x integriert ist natürlich ln von x. Also, damit können wir ja sagen, die partikuläre Lösung, die wir gesucht haben, lautet dann x mal ln von x. Damit können wir natürlich auch die allgemeine Lösung aufstellen. u von x ist dann entsprechend Die homogene Lösung, die wir oben hatten, das war dieser cx oder c mal x plus x mal ln von x. Und jetzt sind wir endlich beim letzten Schritt. Das heißt, resubstituieren und endlich die Lösung der Bernoulli-Differentialgleichung aufstellen. Wegen der Ressubstitution oder Rücksubstitution brauchen wir auf jeden Fall an dieser Stelle unsere Substitution. Da habe ich schon mal vor ein paar Minuten vorgewarnt. Und es ist öfters geschickt hier, das Ganze zuerst nach y umzuformen, bevor man das substituiert. Das heißt, ich stelle diese Formel nur um nach y. Entsprechend hätte ich dann hier an dieser Stelle y ist gleich 1 durch u. Und jetzt können wir für u den passenden Term einsetzen. Also, somit können wir dann sagen, y von x ist dann 1 durch unser Term von oben, heißt c mal x plus x mal ln von x. Und das ist die Lösung dieser Differentialgleichung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt unzählige Arten und Methoden, Differentialgleichungen zu lösen. Die wichtigsten sind natürlich Trennung der Variablen, Variation der Konstanten, sowie Substitutionen. Außerdem gibt es noch lineare, homogene Differentialgleichung Enter Ordnung und das gleiche noch in inhomogenen mit Differentialgleichung Systeme. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich in einer Playlist im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.